Immer diese Tore! Als würden sie dich aufhalten können. Irre ich mich oder sehen diese Scheiter anders aus? Auf geht's, Lava-Creatures! Incuferieren können, die in den Karten des Karten mal schauen. Es gibt irgendwelche Probleme zu machen. Da ist es, dass sie die Beine ansehen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Das erklärt das andere Aussehen der Schalter. Wenn deine Kreaturen sie verlassen, gehen die Schalter wieder aus. Du solltest aufpassen, dass du dadurch nicht versehentlich deine Kreaturen irgendwo einsperrst. Oh! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht es heiß her! Jetzt geht es heiß her! Wie ein Tanz auf dem Vulkan! 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 Wie ein Tanz auf dem Vulkan!